Die mögliche Rückkehr von Mats Hummels zum BVB sorgt für heiße Diskussionen unter den Fans und diskutieren möchte ich über die Personalie mit Dirk und Jürgen. Dir gibt uns mal einen aktuellen Stand. Das Thema ist am Freitag aufgeploppt. Wie sieht es mittlerweile aus? Ja, hat sich nicht so viel verändert, muss man sagen. Also der Transfer gilt als sehr wahrscheinlich. Man kann davon ausgehen, dass es tatsächlich so kommen wird. Beide Parteien verhandeln aber wohl noch gerade, beziehungsweise verhandeln eben noch nicht. Also es gibt noch natürlich die Ablöse zu klären. Das ist, glaube ich, auch dann der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Mats Hummels hat signalisiert, dass er zum BVB möchte. Die Bayern haben signalisiert, dass sie ihn gehen lassen wollen. Borussia Dortmund möchte ihn gerne haben. Und das ist der Stand im Momentan. Und ja, ich gehe davon aus, dass es relativ schnell eine Einigung geben wird. Denn da gibt es den kurzen Dienstweg zwischen Hans-Joachim Watzke und Karl-Heinz Rummenigge. Und meiner Ansicht nach wird das Ding über die Bühne gehen. Die Frage ist halt, wie schnell es passiert und bei welcher Summe man sich dann einigen kann. Jürgen, was sind denn die Gründe für den Wechsel? Und rein sportlich steht Mats Hummels dem Bayern eigentlich ganz gut zu Gesicht. Ja, also für Hummels Weggang aus München, die Gründe. Ich glaube, er fühlt sich dann nicht mehr uneingeschränkt wertgeschätzt. Mit Trainer Niko Kovac funkt er nicht so richtig auf einer Wellenlänge. Hat sich da auch wohl, glaube ich, zu Unrecht in der Kritik gesehen, obwohl er in der Rückrunde eine richtig starke Spielzeit hingelegt hat. Ist auch vom Kicker zum besten Innenverteidiger in der Rückrunde gewählt worden. Oder ausgewählt worden. Aber insgesamt passt es in München nicht mehr so ganz. Die wollen einen Umbruch. Die haben mit Andes und Pavard noch zwei neue Verteidiger geholt. Süle ist intern in der Wertschätzung und im Ranking an ihm vorbeigezogen. Obwohl die Werte eigentlich auch durchaus für Mats Hummels sprechen. Und so fühlt er sich insgesamt nicht mehr da am richtigen Ort. Und überlegt sich natürlich, was er anders machen will. Die Bayern wollen einen Umbruch. Hummels scheint da keine zentrale oder keine prägende Rolle spielen zu sollen. Und von daher würde er sich überlegen, wohin. Dortmund wäre zumindest, wenn man in Deutschland bleiben will, das einzige logische andere Ziel. Ja, das stimmt wohl. Dirk, welche Auswirkungen hätte das auf den BVB? Ist ja jetzt schon fünf Innenverteidiger im Kader, Hummels wäre der sechste. Ja, also in allererster Linie, finde ich, wäre es eine Aufwertung des Kaders. Es ist, glaube ich, vielleicht, so habe ich es auch formuliert, schriftlich das fehlende Puzzleteil auf dem Weg vielleicht zu einem Titel. Und es hat nicht viel gefehlt in der vergangenen Saison. Und wenn man in die Analyse geht, dann kommt man, glaube ich, automatisch auf die Punkte, die er auch verkörpert. Er hat Erfahrung, er bringt Führungsqualitäten mit sich, er behält Ruhe in brenzligen Situationen. Und er hat schon so manche Schlacht geschlagen, ist Weltmeister, hat im Champions-League-Finale gestanden mit Dortmund damals, hat zig Meisterschaften jetzt gewonnen. Also das ist schon ein Typ, der Borussia Dortmund, glaube ich, gut tun würde. Und der vielleicht in der letzten Saison gefehlt hat. Von daher, ich stehe diesem Transfer eigentlich positiv gegenüber. Denn, ja, wenn man sich mal anguckt, auch wie lange er hier schon gespielt hat. Also ihn verbindet, glaube ich, durchaus was mit Dortmund. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass er einfach einen neuen Arbeitgeber sucht. Sondern er hätte sich vielleicht auch ins Ausland absetzen können, da einen neuen Verein suchen können. Und von daher, wenn er sich für Dortmund entscheiden sollte, finde ich, ist das auch schon ein Zeichen. Und ja, bin gespannt, ob es dann tatsächlich so kommt. Die Zeichen deuten darauf hin. Jürgen, Hummels wäre nach Brandt, Schulz und Hazard im Prinzip das vierte Ausrufezeichen der BVB-Verantwortlichen. Und die Transferperiode ist ja auch noch nicht zu Ende. Was würde das in Hinblick auf die kommende Saison auch bedeuten? Ja, zum einen, dass mit dem vierten gestandenen Nationalspieler, auch wenn Mats Hummels inzwischen da ja aussortiert wurde, der BVB auch ein bisschen seine Strategie der letzten Jahre ein bisschen revidiert. Man holt vier fertige, gestandene Spieler, auch wenn Julian Brandt noch jung ist, aber trotzdem aufgrund seiner Erfahrung jetzt kein Häschen mehr ist. Und es kommt nicht mehr nur darauf an, dass die Spieler jung sind, entwicklungsfähig sind und vielleicht irgendwann mal für einen großen Transfererlös veräußert werden können, sondern der BVB fühlt sich so nah dran oder ärgert sich noch so nah über den vergebenen Titel und fühlt sich so nah dran am nächsten, dass jetzt tatsächlich auch die Investitionen getätigt werden, um eben mit den Bayern mithalten zu können und vielleicht auch international noch weitere Ausrufezeichen setzen zu können. Ich glaube, mit dieser Transferoffensive kann sich der BVB durchaus sehen lassen. Muss jetzt allerdings auch, glaube ich, noch ein paar Spieler verkaufen, damit das Minus in der Transferbilanz dann nicht so dicke ausfällt. Genau, erläutere nochmal eben, was für Spieler könnten den BVB noch verlassen? Was liegt auf der Hand aktuell? Ich erwarte eigentlich, dass Maximilian Philipp den Klub noch verlässt, weil er in zwei Jahren jetzt maximal stagniert und nicht weiterkommt und in der Offensive andere Spieler dazugeholt wurden, die ihn ausstechen würden. Ich erwarte eigentlich, dass Raphael Guerreiro auch noch den Klub verlässt. Kein Trainer sieht ihn so richtig als Linksverteidiger. In der Offensive hat er zwar technisch und kreativ große Lösungsmöglichkeiten, hat aber nicht das Tempo, wie beispielsweise in Thorgan Hazard, um da eben gegnerische Abwehrreihen auch zu überlaufen. Dann gibt es diese ganze Reihe an ehemaligen Leihspielern. Alexander Isak ist bereits veräußert an der Real Sociedad. Aber die anderen sechs wird es da auch noch sicherlich irgendwie ins Gespräch bringen. Sebastian Rohde, Frankfurt, denke ich, wird auch über die Bühne gehen. Aber da sind dann noch Schürrle, Toljan, Burnic, Passlack und einen habe ich natürlich vergessen. Kagawa. Shinji Kagawa, wie konnte ich ihn vergessen, genau. Also da wird es noch Abgänge geben. Und eben aus dem vorhandenen, glaube ich, ja Philipp wahrscheinlich, Guerreiro auch wahrscheinlich. Und bei sechs Innenverteidigungen muss man mal schauen, wie dann die Perspektiven sind für einen wie Irma Toprak oder ob es tatsächlich auch einen der Jüngeren dann trifft oder erwischt, bei dem man denkt, dass die Perspektive, das Potenzial dann doch nicht so riesig ist. Hier kommen wir zum Abschluss nochmal zum Thema Fans. Es gab ja damals bei Mauri Bütze auch hitzige Diskussionen, bei Mats Hummels gibt sie natürlich auch. In den sozialen Netzwerken wird natürlich eher draufgehauen, also man liest da eher weniger Positives. Aber ich denke, unterm Strich wird es so 50-50 sein oder wie siehst du es? Ich habe so das Gefühl, dass sich so ein bisschen dreht jetzt gerade, direkt nach der Bekanntgabe. Da ging es natürlich heiß her, da waren dann vor allem die am Start, die ihn nicht so gerne hier wieder sehen würden. Mittlerweile haben sich auch so ein paar vernünftige, sage ich jetzt mal, ein bisschen besonderer Agile. Ja, zu Wort gemeldet, die eben auch darauf verweisen, dass natürlich auch erstmal darauf ankommt, passt der sportlich hierher, bringt der uns weiter und ich glaube, da gibt es ein uneingeschränktes Jahr. Er ist jetzt 30, er hat glaube ich noch zwei, drei gute Jahre auch in sich. Und ja, man hat ihm damals natürlich den Wechsel übel genommen. Er war damals Kapitän dieser Mannschaft und es gab dieses berühmte Spruch beim letzten Spiel gegen Wolfsburg. Der Kapitän geht von Bord am besten sofort. Es gab viele Pfiffe gegen ihn dann in diesem Spiel auch. Ich denke mal, wenn er erstmal hier ist, man hat es bei Mario Götze geschafft, das war glaube ich nochmal eine Spur anders. Und man hat es bei Mario Götze geschafft, die Fans wieder auf seine Seite zu ziehen. Da wird er selber natürlich auch einen Teil dazu beitragen müssen, ist ganz klar. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, Mario Götze hat, Mats Hummels hat eine BVB-Vergangenheit. Er war acht Jahre hier. Acht Jahre hat er hier gespielt und das darf man natürlich nicht vergessen. Und er hatte in der Zeit Angebote ohne Ende. Also er hätte da gehen können. Arsenal war glaube ich damals ganz heiß hinter ihm her. England auf jeden Fall. England hätte er glaube ich sich die Vereine auch aussuchen können. Er hat lange dem BVB die Treue gehalten. Das haben nach ihm jetzt nicht so ganz viele so in der Art gelebt. Und von daher glaube ich, sollte man ihnen einfach mal unvoreingenommen entgegentreten. Zweite Chance, denke ich, hat auch jeder verdient. Und wir sind immer noch im Profigeschäft. Das ist natürlich bei den Fans eine Herzensgeschichte. Aber ich glaube, das muss man auch so sehen. Und ich glaube, Mats, wenn er dann tatsächlich zurückkommen sollte, dann wäre er auch wieder mit vollem Herzen hier bei der Sache. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch eine andere Situation ist als bei den vorherigen Treibbekehrern. Bei Mario Götze, der also nicht ganz gescheitert zurückkam, aber trotzdem nicht glücklich geworden ist in München. Bei Kagawa könnte man sagen, hat nicht funktioniert in England. Und bei Nuri Schein, auch aufgrund von Verletzungsproblemen, war dann Real Madrid bzw. Liverpool nicht das große Glück. Bei Mats ist es, glaube ich, eine andere Situation, weil er natürlich auch trotzdem mit den ganzen Meisterschaften und der folgende Errung hat mit großem Selbstvertrauen zurückkommt und jetzt nicht irgendwie als einer, der klopfen muss und betteln muss, dass er hier nochmal die Chance bekommt, sondern der kann direkt vorangehen wieder. Er macht den Schritt eher. Er geht also, bevor er es so weit kommt, dass er vielleicht nur Auswechslspieler ist und teils hat Kraft. Und ist auch vielleicht ganz schlau von ihm. Also er ist ja auch einer, der durchaus ein bisschen was in der Birne hat. Und das hat er vielleicht jetzt richtig gedeutet, so die Zeichen, und geht den Schritt einfach jetzt früher. Und damit ist er ein anderer Fall als die drei, die du beschrieben hast. Er ist voll im Saft. Er hat voll gespielt. Er war nicht verletzt lange Zeit, so wie Nuri. Er war jetzt nicht sehr enttäuscht, so wie Shinji, der es in England dann eben nicht geschafft hat, sondern er kommt hier als gestandener Spieler und ist dann so eine Soforthilfe. Ganz klar. Definitiv. Ja, man merkt daran, der Transfersommer war heiß, ist heiß, bleibt heiß. Und alle Infos zum möglichen Hummels-Transfer und auch zu allen weiteren Gerüchten und was noch auf dem Markt sich so tut, findet ihr natürlich unter www.rohnachrichten.de. Und alle Infos zum nächsten Mal.